Und reingehauen. So, Mama Brain existiert nicht mehr. Zeitbombe aktiviert, sofortiger Rückzug. Wie jetzt? Ihr wollt mich jetzt nicht freuen, oder? Ey, hallo, mach mal auf jetzt hier. Nach unten, nach unten, nach unten. Mach mal Lack jetzt hier. Ich hab keine Zeit, Mann. Ich hab zwei Minuten, um rauszukommen. Boah, kacke, Alter. Jetzt mach mal ein bisschen zügig hier. Boah, was ist denn los, Alter? Ja, mach den, mach den Mist kaputt, Alter. Oh, scheiße, Mann, Alter. Mach mal hin, Alter. Boah, ich hab gerade voll das Herzrasen, Alter. Boah, ich seh hier gar nicht mehr durch, Alter. Alles explodiert. Ich seh hier über nur Schlamm und Explosionen. Was ist denn los, Alter? Uh, mach mal hin, Samos. Mach mal hin, Samos. Kaputt schießen, damit der auf den Sack geht. Äh, hallo, da unten kommt Lava. Langsam, 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 zügig. Und zügig. Äh, zügig, hab ich gesagt. Mann, Samos, Mann. Ich hab nur noch zwei Minuten, Mann. Mann, Samos, Mann. Holy shit, is what a shit that's got the hell. Kaputt, alles kaputt, alles kaputt. Mann, krass, Alter. Mann, krass, Alter. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben, hab ich gesagt, nach oben. Okay, okay, wir haben schlecht geschafft. Okay, wir haben schlecht geschafft. Okay, wir haben schlecht geschafft. Das Spiel ist schlecht zu Ende. Wir sind schlecht da, wir sind schlecht da, wir sind schlecht da. Oh, wir sind da. So, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Mach hin, mach hin, Mann. Zügig, Mann. Oh, krasse Sache, Alter Alles zerstört hier, Alter Ich hab euch gesagt, ich mach euch den Planeten kaputt jetzt hier Äh, was machst du, Dammus? Was machst du da? Was machst du, Dammus? Was machst du denn da? Wo willst du denn hin? Bist du behindert? Hallo? Dammus? Dammus? Das ist die falsche Richtung Du bist doch bescheuert Wo willst du denn hin? In der blauen Tür? Wo willst du denn hin? Willst du sterben? Hallo? Dammus? Bist du dumm? Bist du dumm? Hallo? Du Affe, verpiss dich mal Dammus, wo willst du denn hin? Du bist doch völlig bescheuert, Alter Scheiß doch mal auf diese Hulentiere Ey, Mann, Alter, krass, Alter Beweg dich mal Du hast noch 52 Sekunden Oh, krasse Sache, Alter Krass, Mann Richtig Agro Ach, Hinde, Mann Beweg dich Geschafft So, bloß abhauen jetzt Oh, kacke, Alter Verpiss dich von diesem Kappplaneten Jetzt Boah, kacke Sache, Alter Boah, was ist denn los, Alter? Interessant Der Planet? Sebes Boah, über explosionerische, fette, feine Flash-Attacker Meister Was ist der Beutschirm? Wie sehen, sehen sie nix Was ist das? Ein Raumschiff Oh, Samos hat's geschafft? Oh, kranke Sache Oh, kranke Sache Oh, kacke, Alter, wie lange habe ich dafür gebraucht? Boah, Alter, super Metroid-Stuff Jetzt kommen die Credits Der Producer Makoto Kano Der Director Yoshio Sakamoto Komische Namen Und Background-Designer Hirofumi Matsuoka Mascha Keine Ahnung, keine Ahnung Der Objekt-Designer Toru Osama Was, Osama? Ne, Osawa Okay Äh, Jammain Äh, Samos Original-Designer Hiroshi Kyo-Take Äh, Samos Designer Tomomi Jammain Und, äh, der Soundprogramm und Sound-Effekt Äh, Kenji Yamamoto Äh, auch der Musik-Composer Äh, Kenji Yamamoto Und Minako Hamano Der Programm-Director Ist Kenji Imai Ach man, scheiß mal auf die ganzen Namen Alles, alles, voll der Müll So Das Spiel ist endlich durchgespielt So Und als nächstes folgt Ja, mal gucken Ich hätte mir noch was überlegen Äh, ich werde euch nicht zu lange warten lassen Denn Äh Ah, soviel zum Thema Mein, meinem ersten Let's Play Ich hoffe, es hat euch gefallen Äh, also mir ist auf jeden Fall Spaß gemacht Und es werden auch noch weitere Let's Play-Spiele folgen Äh, ja Also von der Grafik her muss ich sagen Ist einfach nur Bombe Die Metroids sahen wirklich hammermäßig aus Muss ich sagen Und, äh, die Blitze dazu Im Inneren von den Metroids Einfach genial Muss ich echt sagen So, und dann noch, äh, die Speedbooster-Attacke Mit, äh, äh Mit nach oben springen Und seitlich springen Und nach vorwärts fliegen Ist einfach nur genial Also Ihr habt euch nicht zu meckern Also, Applaus, Applaus So Und special thanks to Dann Osen, George Seinfeld Masaura Okada Äh, Takehiro Harada Äh, Kotato Fukui Äh, Kezuke Terasi Oh, Mann, das sind zu viele Namen Die kann ich alleine aussprechen Äh, und all of R1, äh, R&D1-Stuff Juh, der Generalmanager ist Gonpai Yokoi Hm Und da ist Samus Was ist denn das jetzt los? Oh, Deep Forces Was macht sie? Hä? Die sieht ja hässlich aus Äh, okay Oh, bitte Lass mich bitte 100% an Bitte lass mich 100% an Bitte lass mich Your rate for collection Items ist 100% Wuhu Yeah, Mann Ein 100%er Run See you Next Mission Tja So, Titus Was sagst du nun? 100% Wette ist gewonnen Gut Hiermit verabschiede ich mich Äh, Bonny zu Räder 7 Äh, R&D1-Stuff Krr